ok dann versuche ich mal die andere seite irgendwie lang zu kommen so die andere seite war aber ich glaube noch nicht wie man sieht da gibt es noch ein paar wege wo wir jetzt durch können so versuchen wir erst mal den weg hier, ah da waren wir ja schon ok guck mal den kost mal hier ob wir da schon waren oder nicht ok müsste ganz aus rum ok können wir irgendwie nicht lang ok dann versuchen wir hier oh verdammt ok da geht kein weg durch so sollten wir erst mal hier das lied spielen vielleicht bringt das irgendwas ok müsste ich glaube so ein stein setze müsste das natürlich aber erst mal holen ok hier kommen wir weiter ok da ist nun die andere stelle für die geron zu befreien dann spielen wir glaube ich hier mal das lied okay dann gehen wir da wieder raus mal gucken wo der gelandet ist Ok, hier landet er ja leider nicht, so müssen wir jetzt gleich mal gucken wie wir jetzt da weiter kommen. Ok, da vorne nehmen wir eine Tür, da kommen wir auf jeden Fall weiter, aber nicht für mich. Ok, also wir sind jetzt hier auf die andere Seite. Ok, mal sehe. Wo es genau weiter geht, weiß ich leider nicht. Aber bestimmt ja auch so rum. Dann gehen wir den Weg hier einfach nochmal lang. So. Ok, damit kommen wir nach oben. Probieren wir nochmal. So, gehen wir erstmal nach oben. Verdammt. Verdammt. Ok, dann versuchen wir den Weg hier nochmal. Dann suchen wir jetzt vielleicht mal einen Weg, wenn wir jetzt hier weiter kommen. Auf jeden Fall müssen wir eine... vielleicht müssen wir sowas zu die Eingangshalle. Kann ja gut möglich sein, weil da war eine Tür die abgesperrt war. Kann ja gut möglich sein. Ok, dann versuchen wir das mal. Ok, dann gehen wir kurz bis nach unten. So. Ok. Hier gehen wir jetzt nach unten. Sollten wir schnell mal machen. Ok, wie sieht es aus, die kommen wir jetzt schon ziemlich schnell bei der Endboss. Weil ich konnte mir jetzt gerade dran denken, wo es genau weiter geht. Ganze Anfang und Tempel hier kam mir hier nicht weiter. Und das ist die einzige Stelle, wo wir jetzt irgendwie weiter kommen. Wie gesagt, das ist eine Türe. Und dahinter bekommen wir den Endgegnerschlüssel. So. Ok, die wäre alle erledigt. So, komm schon. Gut, und den einen. Aber ich sage mal, den Endboss werden wir dann aber erst den nächsten Part machen. Ich werde den Part dann beenden, wenn wir mit den Endgegnerschlüssel bekommen. So. Ok, die erleben wir kurz mal. So. Der Typ ist brandgefährlich. So, von hier ist das besser. Ok. Ok. Ok, der war knapp. Hier hinbekommen ein paar Rubinen von denen. Die gut lauert mir auch mal mit. Gut, wir haben Tempel hier ziemlich gut ausgebeutet. Ok. Ok. Ich komme den Endboss das letzte Mal. Und dann sollte mir den Endgegnerschlüssel bekommen. So. Ok. Ok, darum. So. Jetzt aber. Ok, der kommt hier hin. Mann Okay, so wird das nix So, dreimal wich Okay, die können wir jetzt noch mal so besiegen Oh verdammt Der hat der uns noch erwischt Gut, hier sind zwei Türen Das eine Türe mich mit mir durch Dann bekommen wir da den Endgegnerschlüssel So, geben wir da mal los Okay, das war genau die falsche Richtung Gut, dann geben wir jetzt hier mal los Und wir holen uns jetzt hier uns den Endgegnerschlüssel Okay, das gibt mir ein neues Item Okay, dann hätte ich ihn hier mit So, können wir ihn ja befreien Okay, dann gehe ich den Tisch von die andere Seite auf Gut, dann komme ich hier wieder raus Okay, Leute Hier beende ich meine Part In dem nächsten Part Werden wir dann bei den Endboss hingehen Gut, bis dann Leute Und haut rein Ja, ja, wo wir ihn jetzt hier collapseern Und bitte Und du wirst mit mir